Ihr Zimmer ist gleich da vorne. Besuch nur von Frauen, brauchen verboten keine Haustiere. Ich bin Amber. Wohnt ihr jetzt hier? Vorläufig ja. Es ist da draußen nicht einfach. Ja. Wir haben es hier viel besser. Ich weiß, das Haus ist etwas seltscher. Der Keller ist privat. Hörst du das auch? Was hast du gesehen? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Haus. Auch wenn ich wach bin, sehe ich sie vor mir. Ich habe sie auch gesehen. Hallo? Ich muss dich vorbereiten. Komm hier! Keiner sollte allein sein. Lassen Sie uns verschwinden. Ich weiß, das Haus ist etwas seltsam. Bitte versuchen Sie nicht wegzulaufen. Das würde es mir schlimmer machen. Schleima. Ich Crediere. Scheint. Das magstein. Untertitelung des ZDF, 2020